Die zwei großen Themen waren der Brexit und der Kampf gegen die illegale Migration. Vielleicht zunächst ein paar Worte zum Brexit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Wir müssen einen Hard Brexit verhindern. Es hat gute Gespräche hier informeller Natur gegeben. Wir haben uns verständigt unter den EU27, dass wir den Oktober nutzen wollen, um die Verhandlungen zu finalisieren und dann auch im November einen Schlussstrich unter die Verhandlungen ziehen zu können. Wir haben darüber hinaus über die Migration gesprochen. Hier ist ja im Juni erstmals eine Trendwende gelungen. Im Juni haben wir uns auf einen stärkeren Fokus auf den Außengrenzschutz, aber auch auf eine stärkere Kooperation mit den Transitländern im Kampf gegen illegale Migration und im Kampf gegen die Schlepper geeinigt. Heute sind weitere Schritte gelungen. Wir haben uns darauf verständigt, dass Präsident Tusk und ich die Gespräche mit Ägypten, aber auch mit anderen nordafrikanischen Ländern vertiefen sollen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine vertiefte Zusammenarbeit zur Migration, aber auch zu Themen der wirtschaftlichen Entwicklung mit Ägypten führen wollen. Ägypten setzt nicht auf Flüchtlingszentren, ist aber sehr effizient im Kampf gegen illegale Migration. In den letzten beiden Jahren hat kein Schiff mehr illegal Ägypten in Richtung Europa verlassen. Und wenn Schiffe versucht haben, nach Europa illegal aufzubrechen, dann sind sie nach Ägypten zurückgestellt worden. Ägypten und die nordafrikanischen Staaten können für uns wichtige Partner sein, wenn es darum geht, zu verhindern, dass Schiffe nach Europa ablegen. Und wenn sie ablegen, dass sie nach der Rettung zurückgestellt werden in diese Transitländer. Nur so können wir die illegale Migration reduzieren, das Geschäftsmodell der Schlepper zerstören und vor allem auch das Ertrinken im Mittelmeer beenden. Die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas, die in den Medien immer das große Thema ist, war, um ehrlich zu sein, in der Sitzung nur ein Randthema. Wir haben als Präsidentschaft die Pflicht, alle Themen zu behandeln, die von den Mitgliedstaaten behandelt werden sollen. Aber ich gebe zu, dass ich immer gesagt habe, schon vor Jahren, dass die Verteilung alleine nicht die Lösung auf die Migrationsfrage sein wird. Wir haben die Zeit auch genutzt, um über den Vorschlag der Kommission zum Thema Frontex zu beraten. Ich unterstütze den Vorschlag zu 100 Prozent. Bei einigen Mitgliedstaaten gibt es noch Diskussionsbedarf, was die Souveränitätsrechte betrifft. Ich hoffe sehr, dass wir hier bis Ende des Jahres eine Einigung erzielen können, Frontex stärken können, das Mandat erweitern können und auch bis 2020 auf 10.000 Mann zur Stärkung des Außengrenzschutzes aufstoppen können. Gemeinsam mit Bundeskanzler Kurz sind wir mit dem ägyptischen Präsidenten in einen Dialog eingestiegen. Und jetzt können wir auch sagen, dass der Europäische Rat diesen Prozess unterstützt und auch die Einleitung ähnlicher Dialog formen. Ich werde den Präsidenten auch am Sonntag treffen und werde diese Botschaften vermitteln. Wir werden dann auch Kontakt aufnehmen in den kommenden Wochen mit weiteren afrikanischen Partnern. Gemeinsam mit Bundeskanzler Kurz, mit der Kommission, aber auch mit einer Gruppe von anderen Ländern werden diese Kontakte hergestellt. Also will heißen mit anderen Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch darauf geeinigt, einen Gipfel mit der Liga der arabischen Staaten zu organisieren, welcher im Februar des kommenden Jahres in Ägypten stattfinden soll. Aber der Vorschlag beispielsweise, terroristische Internetinhalte so schnell wie möglich aus dem Internet zu verbannen, trifft auf ungeteilte Zustimmung. Die Kompetenzerweiterung der europäischen Staatsanwaltschaft in Richtung Terrorismusbekämpfung wirft zwar Fragen auf, was das Miteinander, Nebeneinander, nicht gegeneinander von nationalen Staatsanwaltschaften und europäischer Staatsanwaltschaft anbelangt, aber es gibt keine Ablehnung im Grund. Und faire und freie Europawahlen ist ein weiterer Punkt, den wir kurz lang diskutiert haben, breiteste integrale Zustimmung aller. Und auch in Sachen, da war ich weniger optimistisch, bin das aber jetzt sehr, auch in Sachen Außenschutz der Grenzen sind wir weitergekommen. Nicht jeder stimmt allen Aspekten der Vorschlagsmasse, die die Kommission vorgelegt hat, zu. Aber es gibt einen Grundkonsens und den hat Österreich herbeigeführt, nicht allein, aber auch, um in Sachen Küssen und Grenzschutz weiterzukommen. Ich gehe davon aus, dass noch unter österreichischer Ratspräsidentschaft abschließende Beratungen zu diesem Punkt stattfinden können. Ähnliches gilt für den Ausbau, die Stärkung des europäischen Katastrophenschutzes.